Das Ziel ist das Final Four. Alles Weitere, was danach passiert, werden wir sehen. Wieder so wie letztes Jahr. Genau die gleiche Vorfreude. Wenn man so ins Land hört, die freuen sich alle drauf. Es geht bald los und es wird eine tolle Saison. Ich freue mich, als Mannschaft zusammen dort anzutreten und alle zusammen vielleicht dann den Titel am Ende zu holen. Hallo, ich bin Marcel Siem. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg. Ja!